ja dankeschön du musst jetzt nicht hier schnell ich mein mein set schreddern brauchst du unbedingt auch eine von den servietten ich könnte eine geben aber weißt du das hier brauche ich jetzt gleich ich muss ein foto machen oder zwei oder drei kriegen wir das hin ja darf ich das alleine machen bitte danke kurz und ihr macht hier keinen flugwind wir werden mal schauen wie weit wir kommen